Liebe Schwestern, wir haben von der Oren so ein Wächtes Fass hier. Ich glaube, dass das Rentschein von uns bewusst ist, wie wichtig das Fass ist, was wir hier von der Oren führen. Für mich ist das ein Fass, wo wir ganz besonders an Mutter und an Futter denken. Wenn es nicht Mutter und nicht Futter gibt, dann würde es die in mir auch nicht geben. Dann würden wir hier von der Oren nicht sammeln. Und Gott hat unsere Äldere gemerkt, in der Mischung, die ich hänge, glaube ich, was hier sind, von der Oren auch Mutter und Futter. Nicht alle, ich weiß das. Hier sind seine Kinder, die Oren auch nicht in Futter. Das kann auch sein, dass hier seine Oren auch nicht ihre lebliche Mutter haben. Aber die Mischung haben auch ihre Mutter in Futter. Und dort ist ein Geschenk von Gott. Und auch ich, der ich all 54 Jahre sehe, mein Futter lebt von der Oren. Und das ist hier in unserem Herd. Meine Mutter, ich glaube, das ist 70. Das ist hier auch in unserem Herd. Dort ist in besonderer Serien, wo dort alle, wo ich habe, wo ich meine Älderen noch haben kann. Ich werde später noch ein Bitterer mit Meierdorf angehen. Der Träum hat er von der Oren gestaltet. Mütter und Väter. Mutter und Futter. Nur Gott ist ihm hart. Dort ist der Timer, wo ich von der Oren gestaltet habe. Und ich werde ein paar Pänter ganz hart anreden. Leider, ich weiß da, wie fängt ihr fort zum Anfang in der Bibel. In dem ersten Mose Kapitel 2 und 3 in Feuer. Bloß, wo es sehr, sehr wichtig ist, fangen wir durch. Wo Gott den Futter merkt, dass wir da noch nicht in Futter, aber wir sagen von der Oren, dass es der Erdsfuhrer, das ist der Futter, das seit uns gelebt hat, was Gott merkt. Also, Gott merkt den Futter und Gott merkt die Mutter. Und die lebt hier in dieser Welt. Wie weiß du, dass diese Äldre, das Futter und diese Mutter, die begrennt in der Wirklichkeit die sind. Und dadurch sind eigentlich die von der Oren gestalten. Wir sind in der Zinn geboren. Und jeder Kind, was geboren wird, wird in der Zinn geboren. Also, da, wie das weißt, dass Mama und Papa auch nicht einmal geht es sind. Das würde ich zu den Klingeln sagen wollen. Mama und Papa, Mutter und Futter merken auch noch mal Fehler. Ich sehe in Futter, ich habe viel Fehler in meinem Leben hier mehr. Dort sind wieder dort Adam und Eva in Futter, in der Zinn begonnen, wo sie einfach hier in Gott begonnen. Und der Fall durften wir, ich lese das von der Osten Marius noch, weil Gott, diese Mama und Papa, diese Äldre, die erste Äldre, dann einfach Kinder schenken, das ist ein Kind, noch ein, zwei Jünger schenken, die haben. Und was passiert dann? Das habe ich uns nicht verstanden. Und dann sehe ich, ich bin hier gegangen und dann habe ich mich verstanden, wenn er zu dieser Zeit wurde, wo er Mutter in Futterdach geführt hat. Wenn er zu dieser Zeit wurde, wo sie dort gewartet sind. Da wurde er diesen Dach geführt hat. Wenn es mit einmal, sage ich, ein Junge, ein Bruder, der ist in einem anderen Bruder näher, dann sage ich, wie soll er auf den Flecken abgehen. Ich bin mir gedacht, er war noch, warte die Äldre, die erinnern, dass ich das lese, dass sie dort sehen, weil wir auf den Flecken abgehen, ganz harmlos, ganz harmlos. Nicht, dass sie sich dort hübsch, in den letzten Jahren, steht da, wo ich geschreibe, weil es mit einmal sagt, einer, weil wir da auf den Flecken abgehen. Nein, ich würde ihm nicht auf den Flecken abgehen. Schau mal, wer hingerlässt dich. Und du, auf den Flecken. da bringt der ein Bruder den anderen dort. Das passiert in der ersten Familie. Der erste Mann und Papa, der hier in dieser Welt wäre, der ältere, der hier in dieser Welt wäre, der erlebt das sehr furchtbar. Und dann dachte ich, wenn der, dann wurde es ja nicht zu der Zeit gekommen, hat er Mütterdach und Futterdach geführt. Und dann, wo da eine Lade steht, wo ist der andere Junge. Wie weit du dich? Als Mann und Papa sind auf den Stabendab gegangen in Töckchen, er jungen Seke, aber haben die Wörder dort angewandt, dass die einen nicht mehr erleben. Das wäre der erste Mensch. Der Jungen, das wäre der erste Mensch, der starb war, der mit dem Stock durchgekühlt war. Ein Bruder den anderen. Und das wird nicht leicht sein für diese Älderen. Und das will ich von der Sähe, Leuvi Kenian. Die Äldere, die von der Sähe, die haben alle ihre Geschichte für das erste Leben lang nicht oder Leuvi gewesen. Ich glaube, wir haben alle, wie wir von der Ose, wir haben so schwere Tide in unserem Leben gehabt, wo unsere Kenia angehörsam war, wo sie in eigenen Wach gingen und Adam und Eva damals so war gingen und ihre erste Jungen Stäude. Aber Gott sei Dank, dass es alle Vergebung gingen. Der andere Punkt ist, weil ich dann immer spreche, in Joshua Kapitel 24 Vers 15 wurde mit einmal in Mohn eine so klare Entscheidung getroffen. Der Vers 15 ist der Öckel, ich habe gestern Mioke gelohnt. Und dann sagt du mit einmal steht mit einmal ein Mohn ab, mir diesen Tide. Dann sagt er ich ober und meine Familie wie will dem Haren tun. Ein Familie vor der seht das. Einer wird die Verantwortung für seine ganze Familie für seine Früh und für seine Tide. Wir haben hier viele mit und das doch wirklich in jeder vor der ist. Das ganz klar kann. Ich will von dem von Nied mit Merke und den steht Rimmel über das Räder und dann sieht ich vor dem wir nicht seinen Wann Spruch ab hängen. Ich höre eine Familie ein Votermärke und das kostet mon 60 und das und dann hängt das mit mit einer Familie und das großartig und der Vater sagt ich in meine Familie wie alle dem Haren Deine Du will sehr viel Anheil in dieser Welt angekommen und das Mohn das Familie vor einmal die Sache klar merke und das ganz klar ich in meine Familie wie sind die Jans die nicht will wie will ich sie entschleute mit meiner Familie und mir merkt das immer wahr zu denken dass das Mohn Joshua hier nicht sagt dass in seine Früh und in seine Familie getroffen haben und von dem Möcht das Kind mal was froh und weil die Frau wurde nicht auf dem Haren da eine hat die Entschedung getroffen die Entschedung hat die Familie vor sich getroffen und die Mutter und Vater trafen die Entschedung und die Mutter trafen eine Entschedung für wem für die Töck und Vier Generation für die Töck und das hat eine positive Entschedung getroffen wie Wäle dem Haren Deine was bedeutet na die Füder die checkt er Jens von Neu an Sine Töck noch in De Geläse Berne was Gott ihre denn die Töck eine Töck nicht reichen den 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 Möcht der Schwester Ich will ein paar Pänkte von der anderen was mir hat gelacht war das Sint von Möcht Wäle äldre von De Hörs und Dach Läck mit dem TV und Telefon an von Klin an Hände Kän ja ein Telefon und Hände die Kän jens war dem Telefon und Tö wie und Ich warte sage Der Jans hier war tot jeläch äldre ich nehme den der kann das nicht sein der kann nicht von Hör zu seien Ich in mein Haus will alle dem Hör und ich kann nicht von Hör zu seien Wur an nicht willst du eine Gleichgültigkeit es Nein aber die kenne jankert je dort Ich weiß dass mein Kind jankert joh das konzern aber du hast als familiefutter und nicht blass ein und zwei und drei sondern ich würde sagen alle hast eine sehr größte verantwortung und die kriegst du nur dass das ordentlich in der familie teilt nicht se du nämst diese verantwortung nämst du ab die nämst dir bewusst das ist nicht was leck alt und so stört und weil ich noch einmal auf den Futter angehen und kann auch die Mutter noch angehen die füder erst ein Verbild in der Ehe in der Familie in Verbild was meint das das meint in Loster leben also dort sind Verbild nicht dort sind schlacht Verbild viele Familienväter und bestimmte Säune die Kinder hier von der Säte die Väter in Säune leben in öffentlich Säune in Loster leben und dort ist eine Bramse im geistlichen Leben ich will von dir sagen du kann nicht von heute sein wer in Loster lebt wer nicht in Gäldet Verbild in der Familie ist der kann nicht sagen ich in mein Haus wie will dem Hör sein die kann das sagen aber nicht von heute sein ich will von dir die Väter mit merken wenn du in Loster lebt ist wenn du Sünde hast dort erst für deine Kenia in uns stehst du hast die Verantwortung in Mutter wenn du in Loster lebt in irgen was in deinem Leben hat was Gott nicht ihr das in die Kenia sagen das das ist eine Bramse für die Kenia dass ihr war was im geistlichen Leben du möcht euch dass wir uns prüfen deine was steht ans Leben aus Mutter und aus Futter weil wir haben diese Verantwortung verantwortung für unsere Kenia und wenn wir in Geld Verbild sind dann würde unsere Kenia auch das Verlangen haben ganz jung erleben in dem Haaren zu gehen und abrecht mit dem Haaren zu gehen Amen und wenn ihr von ihr seid äldre wird ein sind lebe denn ein los das lebe denn die haben in ihrem lebe wird das geistliche Bram sind da wo dann wird wir nicht von dem klo merken ganz klo merken wir leihen alles auf was schädlich essen in unserem lebe und wieder ein sauer klo Licht von unserem Herrn Jesus Christus in dieser Welt sein wie alle Futter sein und Mutter sein nach dem Herzen Gottes Futter und Mutter nach dem Herzen Gottes und dann kann ja auch ein Verlangen aus der älderen lebe und danach der letzte Punkt und dort ist Epheser Kapitel 2 und 3 weil ich auch lese aber ich noch einmal lesen Epheser Kapitel 2 und 3 das sagt das Futter und Mutter ihre wie das erste Gebäude worab Gott sind dort verspreet geleden dort die dort gud geht in der lang ab ihr lebe kost das war ich was meint das Futter und Mutter ihre was meint das ich will von die meine äldre hinab rüber would die bereit sein hinab zu kommen ich schaufe das hinab bo versammlung mit ihr ich die ganze ganz klar seien so dass ich noch niemals ei in mein lebe habe das sind jene gebeten wort mir geraten dass ich nicht verloren gewonnen und ich freue ihn an verzeihung ja ich habe viel herz leid im lebe te gefügt und gott sehr dank der sinne genot ich habe vergebung erhöht von gott und der jene und ich möchte uns mitmerken als versammlung leuwe äldre und leuwe chenja wie verschilje uns alle noch mal jense ich habe mich mal an minge äldre verschilje und das habe ich noch mal gesagt dass äldre sich an die jene verschilje und dass wir uns jenseitig an verzeihung verzeihung nicht bloß die äldre und verzeihung dass ich sie angehör sondern ich weiß das was ich verzeihung wo ich das er gemerkt hat du warte mir durch gebrauchen und du geft eine öbne beziehung eine Familie eine Ehe Amen und leuwe ihr schwester ich weil meine äldre einfach einmal öffentlich ihre damit dass ich von der gelegenheit habe ernt hier ab und ernt das einfach einmal präsentieren und einfach einmal auf zu verzeihung zu verzeihung und ich möchte ihn sehen die beste letzte Zeit die 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 gebeten und Gott heilt die am war ein paar die fallen vom dach rauf und Gott hat dem war er abgerecht und das ist für uns als Familie in Sehen möchte die Haring wieder sehen ja da ja ja äldre ihre ha jud mal ever neu gedacht jugend in Tjena dat Gott in lang het lebe verspreet dat Gott verspreet in lang het lebe dat es Gott ans vorder am himmel verspreet wanne wieder dünne worden dan jelft er ons lang het lebe lebe tjena lebe jugendliche wel wo onze i elre ihr want dat anzut niet alle wat gefalle de saate noch mo ge renze de ha mo sa klo ge renze en ik wale mi so so bedanke by die veta wat klo ge renze han ik sa dan amal lot de link boge hier vore en dan hod we hier seine linie in hond en wanne de schlop wire dan rande de piet soja wanne stie wire dan wiste de piet dat mein bram se veele elre veele veele veta de lind helst kon schlop de piet de flere so soja de kene dat kreik den den vod de keng den nee dat e as ne dind viane vorn wo den gott gehn eva wie wale hier noch mal os gonse familie bim haren im himmel san nicht se amen weil wo ons poh den in jidre einzelne de elre ook de chenja ou ganz besonder de chenja ne in des fall weil onze elre ire dan kämt dat versprekje om dat die dat scheun jet dan wat die dat scheun goene wie zwan die angehorsam san dan mok van ons verstehe je kreuz is armen eva en de lang ab iet lewe kose dat is de verhouding wat dat is het eerste gebet wo eine verhouding ab röde dat got versprekje dat dat is een verhouding wat ons je wanne wie waren onze elre ere en de onze elre zing zijn op ons nap schade we we elren we zijn je frucht met ons tägliche zeugnis jeder dag zijn we frucht dat kreuzing het kon de elren met de haren en wanne we were een reine lewe vieren en helions lewe vieren dan de kreuzing verlangen had ik wil ook so leven als de elren lewe dan mocht god je een wanne wel we nog te beden ons lewe god in voet am himmel ik dank je voor deze zondag van me ik dank je voor dit program wat we hier durven van de leiden en voor alles wat zich hier gebracht had dank je voor de fijne tjena en ik bed voor deze tjena en voor deze jugend licha om je hoerzame hoerte om op op en ik dat deze tjena alle waren gans jong er lewe niet die jaren en nu vroeg om een goud het verbeeld voor mutter en voor voeder haar verzei ons wo we verkoop niet zijn een verbeeld van onze tjena was wo we vielleicht mondje het wat gestroefd had er einfach ons niet verheulen had als du had was wat wij ons verheulen zullen wo wij onze wat du had was wat we verheulen zullen wo stuur ons rein onze horde onze horde als mutter en voeder en halb ons voeder en mutter te zene nach dem herzen gottes van die ne nie entschädig te traf werkelijk met ons alltägliche Zeugnis die te deune en die te verheulen in jesus in jesus amen amen